Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Xenoblade 2. Beim letzten Mal sind wir ein bisschen gefrustet aus diesem Endgäberkampf rausgegangen. Ich habe dann versprochen, ich werde ein bisschen Off-Stream trainieren. Habe ich vielleicht nicht gemacht. Vielleicht hatte ich keine Zeit dafür. Das heißt, wenn wir jetzt Pech haben, kriegen wir jetzt eine Folge voller Frustration. Wenn es euch trotzdem gefällt, lasst natürlich gerne ein Abo auf dem Kanal da. Und ein Like unter dem Video. Ein Kommentar wäre auch fein. Und wir starten jetzt direkt rein. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zu dem... zu dem... Dings zur alten Fabrik, wo wir waren. Und versuchen nochmal diesen Fight. Ich hatte ein ganz paar Nebenquests gemacht. So zwei, drei oder so. Ich glaube ein Level konnte ich nochmal skillen, aber... Ja. Wir müssen es einfach probieren. Ich weiß es halt wirklich nicht mehr, was wir da... uns noch machen sollen. Wir schreien einfach rein. Und gucken mal, was passiert. Beim letzten Mal war es ja schon einmal so, dass es sehr knapp war. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Ich kann sie wieder nicht angreifen. Ich muss sie aber zuerst töten. Ich mache auch guten Schaden bei ihr. So ist es nicht, ne? Also... Wir haben halt leider immer nur diese komische Kombi-Attacke, die mir einfach alles klaut. Also die mich ja... Weg, 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 weg. Stehen in einem komischen Feuerkack. Da, guck mal. Die machen da auch so krasse Scheiße. Ah, ich hab's überlebt, weil ich weggelaufen bin. Oh, fuck. Ähm... Oh, was ist das? Alter, alter, alter. Oh nein, wenn ich jetzt sterbe... Nein. Oh Mann. Warum bleiben meine Leute auch in dem Feuerding stehen? Ach Mann. Warum sind wir... Ich kann die auch nicht wegziehen da. Das muss ich schon wieder. 2000. Ey, Leute. Der Kampf ist so scheiße. Oh Mann. Ich komm in den Pfeil, krieg irgendwie ein Tritt in die Fresse, 2000 Schaden und bin tot. Das ist wirklich anstrengend. Ich wusste auch nicht mehr, dass der Kampf so scheiße war. Ich konnte mich da überhaupt nicht dran erinnern. Ich weiß jetzt immerhin, dass sie, wenn die diese komische Kugel über sich haben, dass sie dann diese Mega-Attacken aufladen oder so. Das ist doch da, 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 da. Ich kann einen wiederbeleben, das muss jetzt Nia sein. Die liegt natürlich mitten in der Flamme. Das heißt, jetzt habe ich aber die Akkus von beiden. Man schafft es nicht. Was mache ich denn falsch? Ey. Diese komische Feuerattacke macht so viel Damage und die Leute bleiben halt einfach so nicht stehen. Das ist viel, viel schlimmer. Meine, meine Kumpanen bleiben halt ohne stehen. Ich weiß nicht, wie ich den, ich kann denen keine Befehle geben, außer, dass wir alle das gleiche Ziel angreifen sollen. Und das ist irgendwie beknackt, weil wir bleiben jetzt noch zum Schluss. Muss sie eigentlich schneller sehen. Oh, scheiße. Mega gepennt. Die Murak hat gut überlebt. Das heißt, sie wurde auch anscheinend nicht getroffen. Nice. Sie ist tot, Leute. Sie ist tot. Hehehe. Hui. Endlich. Yehey. Aber jetzt kriegst du auch den Sack. Hier ein Tank. Was will der machen? Dich ärger. Und es kommt noch härter. Das blockiert der alles. Das ist wirklich. Oh, Gott sei Dank, ey. Das ist wirklich. Was ist das? Ja. Ich bin. Ja. 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 Okay, jetzt haben wir es, Alter, Leute, alter Schäle. Wie, du machst nochmal deine komische Mega-Attappe. Geht der sich gerade? Der heilt sich gerade. Jetzt nicht mehr. Ach, Leute, wir haben es geschafft. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich bin der größte Fahrer im Empire für nichts. Wir befinden sie mit einem Wall of Flame. Brigitte und Pirate zusammen? Wir werden von der Seite attackieren. Kannst du die Seite ausfüllen? Okay, dann. Wir versuchen, deine Zeit zu verabschieden. Dann werde ich Mithra direkt anwenden. Schau mal auf deine Schwarz-Energie. Ja, gotcha. Hier geht's. Jokers. Trying to surround us? Not a chance. Zumach. Wired. Ruh. From the side. Try to focus, Mick. What? Poppy, jet fighter. Wadget that. Don't get cocky. Yeah. Werdgebombed. Now. Right. Under your striker. Form the second. Right in. Rilling smash. We're surrounded? Then we go up. I don't think so. She. She's beautiful. No way. They're still standing after that. No. She calculated the precise power output required. That's the aegis for you. Remarkable. Uh huh. Uh huh. I get it. You're aiming for their blades cause. Bad guys all beat up too. Why? Why you? B. Was ist das? Was ist das? Das ist das, was passiert? Das kleine Endoline! Du, du sagst Endo? Wir sind ausmacht. Los geht's! Ich werde nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Wir haben bereits das, was wir für uns gekommen sind. Und wenn etwas zu dir passiert, wie kann ich mich mit Akkos befinden? Lass mich gehen! Das ist warum ich nicht zufrieden. Du wißt du? Die hat... Die kann irgendwas machen und die Ischer hat das irgendwie unterdrückt. Ich kann mich da null dran erinnern. Ich kann mich nicht zufrieden. Es dauert mehr als das, um mich zu verabschieden. Sie sind weg. Fan Lanorn. Godess of the Praetorium. Ich kann mich nicht zufrieden. Ich kann mich nicht zufrieden. Du sagst Fan? Es ist nicht genug, du sagst Handy. Die kann ich mich irgendwie erinnern vom Aussehen, aber ich krieg keinen Zusammenhang mehr hin Kapitel 4 Aegis Yes Okay, erstmal speichern Gott sei Dank haben wir diesen beschissenen Kampf geschafft Gott sei Dank Ah Ah Er ist der Klinger 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 Eine Und natürlich, wie es ist, dass du hier hier bist, Fan. Okay, dann. Ich will ihn auch treffen. In fact, wir haben keine andere Wahl. Hm. Ach, das ist schon die Gegenwart wieder. Ah, okay. Das ist so irgendwie. War das gerade so farbentsättigt. What are you doing out so late? Can't you sleep? At this time of year, the nights can be bitter. Please don't catch a cold. I'm a Blade. We don't exactly catch colds. Of course. My apologies. Hayes, you really don't remember? Hm? I'm afraid you have me mistaken. I am Fan Lenorn. Blade to Praetor Amalthus. Right. Amalthus. Sorry. My mistake. You just reminded me of somebody I know. It is quite cold, isn't it? I might go back to my room. After all. Yes. Good night, Lady Mithra. Night, Fan. Mithra. Did you see her core crystal's shape? I saw. That's not normal resonance. It's not like with us and Rex, either. I guess this is one more question for the Praetor. Sorry. Let's change over it. I have to think. Sure. No problem. Geheimnisse. Geheimnisse über Geheimnisse hier. Oh. Tipps für Abenteurer. Du kannst jetzt nach Bedarf zwischen Mithra und Pyra wechseln. Ich bin auf dem Schiff. Da muss ich mit der sprechen. Nochmal, weil wir sie auch nicht nerven wollen oder so. Da steht eine ägyptische Wache an der Tür. Mehr kann ich hier nicht machen, wa? Ich könnte nur mit denen reden. Das ist ja spannend. Da hätten sie auch gleich den Dialog weiterführen können hier. Ich möchte jetzt schlafen. Vielen Dank für dieses Angebot. Was macht der damit mit den ganzen Dingern? Warum packt der den so kapselnd? Ich hab die alle in der Tasche. Ist es funktioniert? Ja. Ich kann jetzt die Blades hören. Das ist jetzt. Ich bin mit mir. Akkos hat sich gefunden, etwas sehr interessantes. Ich bin jetzt. Das ist interessant. Ich bin sehr sicher. Ich dachte, ich sollte es ausprobieren und, äh... Es hat viel verändert. Aber diese Formen... Das ist ein Judisium-Titan. Judisium? Ich weiß diesen Namen. Genau. Es wurde zerstört. Eine Kasselte der Ägis-War. Und es ist wo die Flesh-Eaters wurden gegründet. Ist das so? Was jetzt? Wenn es eine Gefahr zu uns ist, sollte es zerstört werden. Oder... Wir können es mitnehmen. Verdammt! Ich kann das nicht glauben! Hallo, Petroka. Und ein sehr guter Tag zu Ihnen, auch. Nicht zu mir. Nein, keine Angst. Wir haben die Gäste, kein Problem. Na, das ist etwas. Also... Warum die Temperatur? Und das ist wie es ging. In der Zeit lang, wir mussten es machen. Und Sie sind sicher, dass es nicht Ihr Ätherfeld war? Eine Frau von Indol. Djinn. Es ist Haze. Keine Angst. Djinn? Michal. Wie geht die Arbeit auf den Marsanis? Oh, das ist kein Problem. Es dauert ein bisschen länger als ich dachte, aber wir werden da. Und Dachos? Wo ist die Ägis gerade jetzt? Nähe dem Archipelago Lefterien. Sie ist auf dem Weg. Vielleicht auf einem Schiff. Vielleicht... sie gehen für Indol. Hm? Wo sind Sie? Temperatur. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Wo sind Sie die Ägis? Wo sind Sie die Ägis? Wenn der Mann in ihre Hände... Das ist nicht passiert. Das ist nicht so, wie Mithra funktioniert. In Wahrheit... sie wird eine große Hilfe für uns. After all... nur ein Ägis... kann eine Ägis öffnen den Weg zum Wurl-Tree. Malos... Es gibt viel Arbeit, was wir von der Gilder bekommen haben. Ihr Leute... bleiben hier und helfen mir, Gile. Ich gehe zu Temperaturen. allein. Finde bei mir. Sehr gut. Take care of yourself. That guy. Also ich weiß halt irgendwie noch... dass Jin nicht so grundsätzlich böse ist. Der hat irgendwelche anderen Motive. Aber... Don't ask me why. Das ist... Wahnsinn. Es sieht aus wie eine Mountainäne von Clouds. Das Archipelago Leftherian. Indel ist... aktuell auf die Cloud Ridge. Es dauert ein bisschen Zeit, um zu fahren. Also werden wir über die Landen von hier. Ich glaube nicht, dass nicht ein Titan-Ship könnte so ein Obstacle surpassieren. Wenn wir gehen müssen, wir besser gehen jetzt. Es ist ein Heimatdorf. Es ist ein Heimatdorf. Es ist ein Heimatdorf. Ich habe dich nicht geholfen lassen. Es ist ein Heimatdorf. oder wie das heißt. Ich dachte, also ich kann mich noch so ein bisschen an das Aussehen der Stadt oder Insel erinnern. Aber ich dachte, dass die wäre so einfach da und es wäre das Einzige auf dem Titan. Wusste nicht mehr, dass das... Also hieran kann ich mich auch so ein bisschen noch erinnern an dieses Gebiet. Aber ich wusste nicht mehr, dass die zusammenhängen. Ich denke, es wäre schnell für mich zu führen, die hier. Wir müssen einfach über die Räge gehen, richtig? Indeed. Die Delegation von Indol wird uns da treffen. Wir lassen es zu Rexrex. Leid die Weg. Nicht eine inflatete Hände. Wir sind nur die Islands, du wisst. Hey, es ist noch gefährlich. Da gibt es viele Schäuze in diesen Teilen. Ich kann das nicht glauben. Also, wie geht's das? Uh... Was über Fonset? Was über es? Will wir pass es? Ich meine, wir könnten das so gehen. Let's do es. Ich meine, wir besuchen deine Stadt. Okay, calm down. Someone's rather excitable. Not like normal, Pyra. Uh, I mean... Don't you want to see the place where Rex grew up? Sure. But I'm not getting my ears in a twist. Actually, that's not a bad idea. That route is probably one of the safest we could take. How about it? I'll leave the decision to you. Das ist aber nett, danke. Then let's do it! Bin ja auch jetzt der Gruppenführer. We'll head off as soon as we're ready. Yeah! Yeah! Immer in zweier Gruppen bei der Hand halten. Ich habe volunteered, um zu kommen. Ich bin als Repräsentator des Empire. Ist es ein Problem? Nein, nicht überhaupt. Ach, ja, stimmt. Die hat die eingesperrt. Yeah, yeah, I suppose. Come on, Nia, lighten up. It was all a big misunderstanding. They helped us out and everything, remember? You're such an idiot sometimes. I'm an out of the mist. Call her what you want. Still an idiot. Oh, okay, fine. It's water into the bridge. Go on. Friends, yeah? Very well. Friends it is. Gib ihr die Hand. Wollte grad sagen. Sei nicht so arrogant. Gib ihr die Hand. Sei nicht arrogant. Okay, nee, Tora schmeißen wir wieder raus. Find ich doof. Brigittehaven. Brigitte. Brigitte. So. Mal hier irgendwas machen. Sieht aber schon wieder cool aus hier. Irgendwie hast du diese Mischung aus, hier hast du diese komischen Fantasieinseln, hier hast du aber handgezimmerte, von Menschen handerbaute Hafengedöse. Come out, come out. I like sowas. Come out, come out. Dann nur zwei Sachen? Okay, hier auf der ersten Insel gibt es nur ein paar Gegner. Nehmen wir an, wir müssen hier lang. Wir haben irgendwie zwei Ziele. Weiß noch nicht genau warum. Oh je, der sieht böse aus. Hm. Ist halt auch ein bisschen stärker tatsächlich. Welches Level bin ich denn überhaupt? 39. Okay, das geht aber ja sogar noch. Können wir hier irgendwas machen? Nicht so mega viel, ne? Okay, wir kriegen übrigens scheinbar ja noch irgendwie Charaktere, einen Charakter dazu. Zumindest so wie es aussieht. Oben ist ja noch ein so ein Feld frei. So, sie hat irgendwie dritte Klinge nicht mehr. Wie war das noch? Haben wir... Die hatten wir weggeschickt, ne? Jetzt müssten wir das machen, aber ich habe keine Schwertachse. Warte, aber dann können wir ihr ja trotzdem mal... ...die wiedergeben, oder? Gucken wir uns nochmal die ganzen Harmonieringe an von den Leuten, weil ich auch nicht mehr weiß. Ich glaube, wir haben alle Harmonieringe soweit. Ja, gut, Köchen... ...Küchen muss ich noch kochen, meine ich. Hier, guck mal, hier ist was Neues. Besiege Uluran-Fische... ...in Litheria. Besiege Truthans in Litheria, okay. Stimmt, weil ich jetzt ein neues Gebiet habe, habe ich wahrscheinlich... ...Meeresfrüchte. Ach ja, da muss ich die Söldnertruppe verbessern. Da weiß ich immer noch nicht, was das ist. Besiege Fuvor-Heirane. Okay, finde Schätze beim Bergungstauchen ist auch machbar. Hier habe ich den Ring noch gar nicht. Wolfric ist sowieso doof. Hatte doch hier auch immer jemand anders, oder nicht? Ja, hier. Besiege Gennihorn-Pass. Besiege Garnia-Kammels. Durchhaltevermögen. Schade, das weiß ich noch nicht, was ich dafür brauche. Das ist eigentlich eine wichtige, passive Fähigkeit. Okay. Hello. Guck mal, hier ist das so ein Kamel. Dafür müssen wir noch welche besiegen. Attacke. Oh. Steht so weit weg. Peinlicher Auftritt. Heilt wieder ganz schön viel aus, wa? Wer heilt sich? Was soll das? Soar, fast. Rolling smash. Cooler. Gemini, blabber. Rain push. Scram smash. Make haste and retreat. Everyone's getting psyched. You have unweakling the door. You have my sight. Armour voice. Super lightning. Hot swing. Yeah. It's the time to defend. No. No. I am war. I need to be in the war. Green dice will take it. ich bin auch immer noch nicht durchgestiegen wann ich diese letzte fähigkeit mache oder was für einen kombi-farm ich da so erheilt sich gegen ist er eingebuddelt ist mit ihm exzellent schockmädchen stufe 2 wo sie denn lang da ist der weg weiter ist das der weg den ich nehmen muss das andere ziel was ich habe ist unten drunter wieso habe ich denn immer jetzt eigentlich sicher so ein vogel eigentlich nicht hier. Heißt Taube. Epsilon! Oh, ich hab schon wieder den Mega-Explosion hier. Awesome! Das geht. Jurem Pingöwe. Tschüss. Hier haben wir ein Kristall gedroppt. Okay. Ih, was ist das für ein Ausfluss hier? Oh. Also ich kann da quasi lang. Das andere ist hier, oder was? Habe ich eine Karte? Kann ich das schon einsehen? Da wäre eine Quest gewesen. Egal. Also ich kann da lang, glaube ich. Also ich kann beide Wege gehen, denke ich. Ich geh jetzt diesen hier, weil er näher dran ist. Ja, ich kann beide, guck mal, ich kann bei beiden, muss ich da rein in dieses komische Piratenschiff. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Easy snack. Jetzt kommt da so ein Gegner direkt vorher. Hallo, Treasurer. Hallo, Treasurer. Das ist so. Und dann bekommt man die. Und dann bekommt man die. Und dann bekommt man die. Weil, wie gesagt, Truthans, glaube ich, die greifen mich selber an. Ich habe meine追k aquest. Ich habe meine rächtung. Ich habe meine rächtung. Aber er hat sich auch in der Stur. Er ist eine kleine Zürger. Er ist eine kleine Zürgerus. Wer hat sich das an? Ich habe eine Liste. Ich nehme meine Zürgerド. Ich habe eine dernière Ratsch für dich. Ach so. Ich habe eine Ratschgerun. Beste... Beste... Ich habe das ein. Gebsourger. Gemini. Ich habe eine Ratschung. Ich habe eine zu. Verstange ich habe. Oh, jetzt hat sie ihre Fähigkeiten hier eingesetzt. Oh. Donnerblitz. Das ist einfach Pikachu. Oh nein, ich wette, der holt die anderen da hinten gleich. Pack. Oh, also das ist... Ey. Greifen alle mich an. Das ist nicht gut. Ich bin nämlich recht tot. Was ist der denn jetzt, den ich angreife, den ich anvisiere? Ey, lauf mal weg hier, Schwein. Oh, Nacken. Jetzt ist er noch ein Vogel. Das könnte ein Kampf jetzt werden, den ich verliere. Aber weil... Nia ist tot. Wo liegt sie? Ich beerdige sie kurz. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Oh, wir gestern uns auch wieder die letzte Fähigkeit. Glaube ich. Oh, Rack, was fliegst du hier rum? Wir haben einen Job zu tun. Stärkst du? Hallo, ich brauche Hilfe. Ich kann nicht aufstehen. Der Vogel ist tot. Der Bruton ist auch tot da, ne? Die halten immerhin nicht so viel aus. Das ist ganz geil. Das ist ganz geil. Das ist ganz geil. Der Vogel ist ein Geist. Das ist alles gut. Die Hände sind abgesteckt. Das ist ein Geist. Das ist ein Geist. Das war die Musik. Wie ist der здоров? Jetzt muss man gut erchen. In der Jahresendung, der Leute sich in den Kopf auswärten. Das ist so die Zeit. Der Freundeser, der Wienerwerse, der Junge ist ein Geist. Die Hände wurden richtig gutter. Das ist die Hände vers. bockst dich tot okay ich habe überlebt jetzt kommt hier noch eine Raupe ich kriege durch da schießt doch einer mit dem Pfeil ich sehe es doch du Schwein die halten irgendwie mehr aus mit ihrem komischen Horn mein Raupe noch eine Raupe das hört nicht auf Leute die sind gefangen nur im endlosen Kampf das hört nicht so gut Stimmt! Bäh! Sommersturm! Und... Mann, bitte sie doch! Raupe! Okay, Raupe tot. Ey, ich greife jetzt von diesem Jahr, aber der ist irgendwie der beschissen Typ. Der nervt ja einfach mit seinen Pfeilen. Mit Bogenschießen ist Feige. Stell dich mit zum Schwertkampf. Siehste? Kriegst du dann nicht auf den Sack. So. Jetzt kommen da noch welche? Das hört nicht auf, ey. Was ist denn hier los? Es... Jetzt kommen da so Eulen. Oder eine. Ich möchte einfach weiterlaufen. Mann, oh. Boom! Abgrund-Nacht-Eule. Zweite Sonne. Okay, wir machen jetzt zweite Sonne. Er weicht allem aus! Hallöj! Komm, liegt hier auch ein Fingstor. Ihr seid so wundervollt. Gute! Fertig! Fertig! Wingsmack! 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 Halt! Nein! Wingsmack! 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 Ach, krass! Ach, krass! Ich kann es nicht sehen, aber ich bin ziemlich gut in einer Unterstützung-Rolle. Okay, und das weiß ich noch nicht. Dann bin ich ja fast schon durch mit ihren Fähigkeiten, ne? Nur noch das hier. Und wer hat denn noch was bekommen? Finch. Ich habe deine zurück. Nein, wirklich. Ich mache es. Okay, und hier setze Klingentechniken ein. Ja, okay. Oh, Gott sei Dank haben wir endlich mal den Kampf geschafft hier. Au! Stoßen. So. Da steht ein Materpfahl. Anscheinend ein feindlich gesonnener Materpfahl, denn ich könnte ihn angreifen. Okay. Okay, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh. Raging Tiger. Hmm. Kurze Pause im Kampf gewesen, weil ich nichts machen konnte. Mann! Ja, jetzt war so klar, dass die mich jetzt angreifen. Die ich jetzt einfach hochgeworfen werde hier. Jetzt die am Boden. Was ist denn mit denen? Oh nein, nicht zu den Echsen gehen da! Die greifen mich doch auch an, oder? Okay, ich greife erst den hier. Parodit-Bitarm. Sieht er auch aus, eigentlich. Er ist noch alles möglich. Sieht er auch aus, eigentlich. Jeder hat was Goldenes getroppt. Liebesgarn. Goldenes Liebesgarn. Wo ist denn noch einer? Da komme ich doch jetzt gar nicht hoch. Ist das anstrengend. Ich möchte doch nur Dings hat was gelernt. Wie heißt sie noch? Weiß ich gar nicht mehr. Elektra. Klar. Verwende Taschen, Items aus der Lieblingskategorie. Instrumente. Gut, das könnten wir mal machen eben. Dann hätten wir sie erstmal fertig. Was haben wir denn für Instrumente? Da haben wir bestimmt so eine Flöde dabei oder so. Hier eine Dampforgel. Oh, das ist ihr Lieblingsaltern. Weiß aber nicht, was das bringt, dass man ihr Lieblingsaltern findet quasi. Also von dem Charakter selber. So, bei den Klingen weiß ich halt, dass die Talente dann verbessern und so. Und keine Ahnung. Aber bei den Hauptcharakteren? Keine Ahnung. Okay, bei ihr habe ich auch noch gar nichts irgendwie. Ach gut, ich kämpfe auch nicht mit ihr momentan. Ich habe Dings nicht dabei. Wie kann ich denn jetzt hier eigentlich zwischen Mithra und Pyra wählen? Wie kann ich denn jetzt? Pyra hat ja einen eigenen Talentbaum quasi. Also. Oh. Da it is. Aber da habe ich ja viel weniger. Hier, Boomerkraner. Haha, Boomer. Niollflamis. Ach, dann bin ich schon vorbeigelaufen tatsächlich. Weil sie hat auch, guck mal hier, sie hat bei mir Vertrauen zu mir. Deswegen ist das wichtig. Meeresfrüchte. Wie brauche ich da? Vier Stück. Setze Angriffsketten ein. Okay, Angriffsketten einsetzen müssen wir mal irgendwann mal machen. Habe ich mich bisher noch nicht so drum gekümmert. In meiner Erfahrung. Ja, bis hier nicht irgendwo so ein Bergungs-Dingspunkt. Na, da vorne. Aber ich habe, glaube ich, gar keine Zylinder mit. Hey. Hier, ne? Wieso greift er mich an? Was ist mit dir, Raupe? Ja. Ja, der zweite ist auch da. Also, wenn du hier im Kampf anfängst, dann hast du aber am Tag was zu tun, ne? Die, die waren. Ich geh imeleribe. Ich war's. Also, krass. Was passiert jetzt? Guck mal, wie wilde Kamerafahrt her. Seelenbaum-Amulett. Okay, das klingt auch wie, als wenn das irgendwas von B.O.W. wäre oder so ein Kram. Hat er irgendwie Ausdünstung gehabt oder so? Sie hat irgendwas gelernt. Ah ja. Ach so, wir müssen uns aber noch einen besiegen. Ja, das wäre ja ganz praktisch, wenn wir den gleich mal eben machen. Ich verwende Taschens-Items-Dessert. Dessert. Erstmal einen Kuchen-Snacken. Was ist denn das her? Das hier, ne? Delicious. Mal eben vier Stück reinballern hier. Bitterchoklat. Und jetzt müssen wir noch... Oh, stimmt, das ist Beobachtungsgabe. Ist auch ein wichtiges Talent. Gut, dass wir das mal eben durchgeballert haben. Das heißt, jetzt muss ich nur eine Raupe besiegen. Dann hätte ich auch bei ihr erstmal so weit das fertig. Was ich fertig haben kann. Ist das eine Raupe? Ne, das sieht nicht aus wie eine Raupe. Mist. Okay, ich versuche mal eben Bergungstauchen zu machen. Weil ich muss mit irgendjemandem Schätzeberbergungstauchen finden. Aber ich weiß nicht, ob ich Zylinder habe. Du hast keine Zylinder. Ich bin wieder bestens vorbereitet. Okay, egal. Jetzt geht es mal weiter. Boah, Can, die Abstauberin. Nein, die staubt hier gar nichts ab. Scheiße. Lauft. Sie will uns abstauben. Puh. Can, die Abstauberin. Also früher gab es noch Can, die Kamikaze-Diebe. Jetzt ist es Can, die Abstauberin. Also die hat auch eine Karriere hingelegt, die steil nach unten ging, würde ich sagen. Wolkenstraße. Ih, was sind das für Zipfel? Ist ja widerlich. Ein Genji-Hornpast. Scheiße. I need healing. Hornpast greifen mich aber eigentlich in der Regel nicht an. Aber der Frosch macht es. Will aber jetzt nicht kämpfen. Eigentlich habe ich eh ein gutes Level. Und für Enkina-Kämpfe sind wir eh nie vorbereitet, weil die einen zu hauen, wie sonst was. Also von daher ist auch egal. Wir sind ja einige Level schon drüber. Wird ganz praktisch. Das sieht so ein bisschen aus, wie das Innere von Bayonis, vom ersten Teil. Aber das ist ja auch so mit so ein bisschen Sachen. Das sieht so aus, wie das größer ist. Und das ist das, was die Archipelago entwickelt. Wow! So viele fantastische Dinge zu sehen in der Welt. Masterpahn sollte mehrmals rausgehen. Working in sich all day, bad für mind und body, you know. Tora auf eine wunderbare Sprechung mit Rex-Rex gerade jetzt, aber. Die Tage zu bleiben in sich all day sind lange weg. Draußen sind es das Gegner? In einem Aquarium, würde ich sagen. Was da vorne ist, aber kommt da so ein Frosch aus der Seide? Was ist denn mit ihm? Was haben wir hier? Ich liebe Fische. So schweig und wütend. Taktgarnele. Okay. Oh nein! Ghoul, Nid, Aspid. Wieso hässlich? Den hab ich einfach gefesselt. Ich geh mal ein bisschen weiter eben, damit ich nicht den Frosch und Laker pullen mache. Den kenne ich überhaupt nicht. Ah, diese Meister-Feste ist richtig anstrengend. Wieso bin ich nicht hinter ihm? Ich treffe ihn nicht so gut gestammelt. Schon wieder. Ja. Nice. Special-Fähigkeit hier. Bam. Also hier hat sie im Gefühl gar nicht gelocken. Er ist umgefallen. Er ist hochgeschleudert. Ach so, wenn ich schleudere, wenn ich den geschleudert habe, sind dann ein Containenhauch. Ah, scheiß Feier. Er ist wieder umgefallen. Wenn ich ein Schleuder werde... Oha. Oha. Okay, macht halt nicht so mega viel Damage, weil es... Die sind halt auch... Das sind halt Tanks, ne? Aber die machen natürlich nicht... Nicht so, äh... Was wir noch machen können, ist eine andere Kette. Wie machen wir die nochmal? We'll do it together. So. Yes. We're all grunts. Let's finish this. Get on, Nia. On it. On you go. Was bringen denn die... die Elemente jetzt da rum? Oh. Muss man mit dem Gegensätzlichen angreifen, oder was? Hat der ganz lieben Golf gespielt? Und another one. Magnificent. Cool. I have to deliver, or I'll die out of the stage. Ja, Bruch. Heißt das? Elemental Burst. Komplette Vernichtung. Das klingt halt voll krass. Oh, ich hab verpennt. Egal, ist eh tot. Ich darf nochmal weitermachen. Was ich finde, man nutzt hier, wie die Andros... Oh, scheiße. Man nutzt hier die Andros-Technik irgendwie viel zu selten. Beim Dritten hat man die irgendwie öfter benutzt, weil sie aber auch mit so einem Button direkt in die Presse geleuchtet haben ständig. Und weil sie echt in den Effekt waren, um viel, viel Schaden zu machen. Das Ding ist, dass sie sich hier zumindest ein bisschen flüssiger spielen. Aber beim Dritten war das so sehr... Die haben immer sehr lange gedauert. Und bei jedem Mal gab es irgendwie so eine lange Animation und Sequenz und so. Und dann hast du da eine Stunde in dieser Animation verbracht. Das hat so richtig den Flow und den Kampf rausgehauen. Das ist der nächste Level. Ja, jetzt... Okay, Angriffsketten haben wir jetzt aber. Das finde ich hier etwas sportlicher gehalten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dass das so ein bisschen flüssiger geht. Was ist das hier? Weird. Aber da ist Wasser drin. Ja, guck mal. Hummelbaut. Hey, wer? Hä? Hä? Da kann man hin? Was ist das, wo die Kröte haust? Mist. Aber ist das nur für diesen Sammelpunkt? Oder ist das komisch, diese Muschel da eine Schatzkiste? Die halten halt immer rechts wieder ausgedrückt. Da ist das Se'l. Da ist das Se'l. Well done. Oh. Just get me. I am. I am. I am. I am. Hit her. I know. Ray. I see. I see. Ray of the Paranfuel. He like that. Stray, nice. Ray. I see. I see. ja das musste ich sogar machen ist das ein schalter sieht man doch diese sollte es auch kein schalter sein komplett ob wir es hallo qualle fliegen rum wie die qualen bei super mario damals immer so hoch oder wieder runter das war auch gar keine qualen das waren ja diese tinnen fische ich rede komplett müll an der gang ist ja spannend hier geht einfach nur gerade aus die ganze zeit kann ich mir irgendwo ankommen oder ist das hier ein endlos tunnel da licht am ende des tunnels es sieht aus wie sagt er jetzt hier also geil einfach eine sackgasse freut mich straße soll das während der art Das ist ja ekelhaft. Oh nein, nicht runterfallen, bitte. Hau, die ist so hoch. Was ist das? Es schiegt einfach so eine Ingrid vorbei, so wie ihn sich irgendwie in Conway kümmert. Ich kann eine andere Kette machen und dann hätten wir das für Rock erledigt. Der Typ ist dann tot. Hoffentlich. Ich gehe davon aus, dass er dann tot ist. Finish them! Oh, was? Das sind ja. Das ist toll, was du mit mir getan hast. Was würden Sie ohne mich machen? Ich höre deine Macht. Ich werde die Flamen hochstatteln. Das ist ja. Ich werde das Flamen hochstatteln. Ich werde die Flamen hochstatteln. Das ist ja gut. Das ist ja gut. wieso habe ich das für rock jetzt nicht gekriegt jetzt sind angriffsketten ein habe ich doch wie fies habe ich doch gemacht was soll das dass sie für steckenhäuser wo der covotra gut wie immer nur zwei gegenstände daraus kommt die inseln sind aber auch geizig die geben mir nix hier sind bestimmt hier hier sind gegner wie frech die haben mich überrascht ich glaube weiter tschüss ich habe keinen bock auf euch und an ich bin fast tot leave me alone please kann ich runter oder kann mich nicht wo dann kann ich da hin richtig minute das hat wieder mit dem wolkenmeer mit der höhe zu tun kann ich wahrscheinlich nur hin wenn es flut ist oder was auch immer wir gerade haben merto island ist eine quest und so kuckuck mein schatz ich nehme erst einen scherz und dann rede ich mit hier naja ich bin rex übrigens okay was auch immer du hast ja wir müssen irgendwas machen selbst überschätzt als aktive missionen festlegen okay ich habe gar kein ziel davon kommen nun scheinbar eine quest die schnell erledigen kann sie überhaupt nicht und nach oben gucken ich will mir das angucken aber nein sieht schon geil aus also immer die idee von den von den welten finde ich immer super gerade auch beim ersten dann damals natürlich so auf den titan und hier jetzt auch mit diesen verschiedenen titan ich finde da ist da muss sich das dritte nach einer scheibe von abschneiden da sind die ist die welt nicht ganz so spektakulär finde ich also nicht ganz so einfalls ist halt aber auch natürlich schwierig sich immer wieder neu zu erfinden ist halt auch klar so so home sweet home lohrer that takes me back what the hell you wouldn't catch me dad's doing that don't knock it till you try it it's like we all learn to swim in the clouds you mean you did that too yeah of course you came in really handy when I became a salvager I can't stand it on there it's not like water feels like the clouds are wrapping around you hmm you don't like heights either you get used to it really quick hey you want to give it a go what hey no you get away from me don't touch me stop that rex don't tease her all right all right honestly why are you gonna grow up little das dorf sieht auch sehr sehr cool aus finde ich rex heimatdorf da sind wir jetzt oder auch nicht very impressive we've refitted the drivetrain to use ardenian technology all of the control mechanisms have been beautifully preserved so we should be able to finish relatively soon finally we will be able to compensate for our forces depletion the government struggle takes its toll so much left and there are no safety concerns i trust the explosion three months ago was most unfortunate or had you forgotten we've been running inside of the trip through the titans fluid since then no further difficulties we've also encased the back ending composite steel that should withstand sustained enemy fire even if it were to be blown up well it'll be in enemy territory a peric victory i'd say well the crew will have escape pods escape pods are you sure you don't mean coffins i mean what do you do not agree with the principle of fusion blades with human cells few people do not what i mean i'm sorry sir then what exactly do you it said that flesh eaters were created in the quest for ever stronger blades but is that really true what i see in them is the shadow of a people scrabbling to pull along their existence i look at them and see ourselves that is what i despise i will leave for indol shortly much remains to be done hmmm hattest auch nicht viel erfahren was sie da machen oder warum und keine ahnung schwierig musik ist ja cool musik ist ja auch jetzt mein ziel hier musik ist ja auch jetzt mein ziel hier musik ist ja auch jetzt mein ziel hier kinder ich bin fünf jahren nicht hier gewesen da seid ihr noch sesselpupster gewesen ihr könnt euch unmöglich an mich erinnern das ist aber unlogisch vom spiel ich bin sicher habe grown und hey is that really das ist unser mark er wird weg nach Schule in Indol soon dankst du die Hilfe hast du uns auntie Corinne gut zu sehen wauw das ist quite a welcome in we kind in pre wow live oh oh lady have lots of little pons master um is clearly not our little pons of same parent is that older zorda there Was hast du dir gemacht? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Verwaltendlich, ist es ein Weg, der uns auf der Nacht aufhören könnte? Ein langer Tag und alles. Ist es ein Weg? Nicht das, nicht. Bleib so lange, wie du möchtest. Was mir ist, ist dein. Danke. Antti, danke dir so. Ich denke, ich gehe ein bisschen auf den Weg zuerst. Ah, ja. Lass deine Freunde mit mir. Pyra, kannst du auch mit dir kommen? Oh, natürlich. Dann komm mit mir, alle von dir. Okay, jetzt können wir ein bisschen Dorf erkunden hier. Von Z-Wohnviertel. Oh. Schnell hier das Feld plündern. Komm mal, komm mal. Mission aktualisiert Selbstüberschätzung. Okay, müssen wir irgendwas sammeln anscheinend für die Mission? Ich habe es natürlich ja gelesen. Hier. Ah. Ups. Sammle fünf Streifen Saphire und Engelsmotoren. Engel laufen nicht mit Motoren. Das ist ja weird. Grinns Haus. Hallo. Komm rein, kann ich da durch? Nein. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass man hier später auch noch kochen kann. Irgendwas dämmert mir da. Kap Messet. Ach, hier stehen die beiden. Okay, hier habe ich natürlich immer noch keine Zylinder für. Oh, hier kommt man runter. Oh, Geheingang unter das Dorf. Die dunklen Machenschaften des Dorfs. Oh, tatsächlich. Das war einfach eine dumme Geschnacke. Na? Wir haben auf jeden Fall nicht genug Feuerelement, das weiß ich jetzt schon. Das ist wirklich eine Höhle unterm Dorf. Geil. Wo muss ich denn überhaupt hin? Hier weiter? Das Dorf ist voll schön hier mit so einem Wald. Hinten drin da. Hinten drin da vor allen Dingen. Hinten dran. Das ist einfach idyllisch. Irgendwie ausgraben. Uff. Okay. Kriegen wir auf was ausbuddeln. Ach, da muss ich hin, oder? Das ist schon idyllisch irgendwie, finde ich. ganz schön. I like this. Geht hier sogar noch weiter. Komm raus, komm raus. Uff. Oh, viel drin. Wischlerei. Das ist super cool. Ach so, dass da unten ist, wenn ich jetzt am Dorf vorbeigegangen wäre, ne? nicht rein wäre, sondern weitergegangen wäre quasi den Weg. Dann wäre ich da unten wahrscheinlich jetzt gewesen. Da steht Nia. Hammer. Der Typ heißt einfach Hammer. Das ist ja der Hammer. Okay. Was ist das hier? Oh. Dann zeige ich ihren Friedhof. Okay. Was ist das hier? Oh. Dann zeige ich ihren Friedhof. Okay. Okay. Nein. Das ist gut. Entschuldigung. Ich habe nie gedacht, dass ich fragen. Ich wollte dich treffen, doch. Die treffen? Wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Das ist das? Wie heißt das? Oh, Mama. Dad. Es hat lange gedreht. Es hat viel passiert. Ein Tonnen passiert, du wissen. Ich bin eine Autorin. Und diese Frau ist Pyra. Ja, mein neuen Partner. Ich weiß, dass du sie liebst. Wir... wir gehen zu Elysium, Pyra und ich. Ich weiß nicht, was kommt, aber... Sie werden uns betrachten, richtig, Leute? Rex? Das war schon cool, dass er sie mitgenommen hat, trotzdem. So. Also er hätte die Gräber ja eh besucht dann, logischerweise. Wenn er sie mitnimmt, dann... Das ist schon cool. Schon cool gemacht. Wann ist es so leid? Ich vermisse ja bei sowas, wenn wir... Ähm... Wenn man so eine Stadt hat, wo man ist... Ich vermisse so diese alten, klassischen Rollenspiele so... Das ist immer bei mir so noch in so... Gerade bei Final Fantasy 9... War das immer so... Du kommst in eine neue Stadt... Und deine ganzen Leute rennen erstmal irgendwo hin oder erleben ihre eigenen Abenteuer und bleiben auf gar keinen Fall bei dir. Sowas vermisse ich immer so, weil... Die Leute... In so neueren Spielen oder so, die haben irgendwie keine eigene Story großartig, sondern die folgen dir einfach. So. Und ich merke das immer in so alten Spielen, also falls ihr da auch andere Beispiele kennt, nehmt die ruhig. Dass die Leute einfach... Du kommst in eine City und die Leute sagen sich, ey... Ich geh jetzt irgendwo alleine hin. Lass mich in Ruhe gerade. So. Und dann kannst du ihre eigene Geschichte... Erleben. Und das ist halt... Das vermisse ich so ein bisschen, weil das immer so viel... So noch... Einen Charakter für die... Spielbaren oder nicht spielbaren Charaktere entwickelt. Gut. Ja, wenn deine Mutter stirbt, kannst du sie nicht vermissen irgendwann. Ich glaube nicht, dass du irgendwann an so einen Punkt kommst. Ich glaube, es war eine große Herausforderung, hier zu kommen. Sie war so weich. Sie fragte mich, nach Rex zu schauen. Und das war das letzte, was sie gesagt hat. Wie für sein Vater? Sie sah auch so schön. Und sein Vater. Das ist richtig traurig. Das ist richtig traurig. Sie wissen, um einen Weg nach Elysium zu finden. In diesem Fall, vielleicht ist es nicht gut für mich, um bei Rex zu sein. Was? Warum? Ich weiß nicht, dass er. Oh, ich bin. Aber mit mir hier... er wird noch mehr suffering, verlieren noch mehr. Also, vielleicht... vielleicht Rex ist besser ohne mich. Rex... In der ganzen Welt. Sie brauchen mich nicht. Das ist nur so, wie es sich fühlt. Jetzt, liebe ich. Okay, Zeit, zu gehen! See you soon, Rex! You take care now, and keep yourself out of trouble, Azurda. Ah, you know me. I prefer the quiet life. Thank you for everything. Pyra, dear. I don't know what you've been through before, but you should know you're not alone anymore. Rex is a strong boy. You can depend on him whenever and wherever you need him. I know. I'll try. Huh. What was all that about? Nothing at all. Right? Nothing for your ears, Rex. You just concentrate on what you're doing. Work hard and do your best. Sure. I will. Okay. Wir stehen also jetzt kurz vor Indol. Man, immer ist Tora wieder direkt dabei. Raus hier mit dir. Also, jetzt haben wir von Zed kennengelernt. An dieser Stelle werden wir die auch noch beenden. Jetzt erleben wir beim nächsten Mal, was wir in Indol erleben. Dann sehen wir beim nächsten Mal, was wir in Indol erleben. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.